Daily Quick Survival Games Tag 3 Wir stehen hier wieder an einer totalbehinderten Position oder wie? Versuchen die Kiste da zu kommen Nein der Typ ist afk, ok. Schnell seine Kiste looten. Schnell die Kiste da looten Wollte gerade das Ding da sortieren, aber das kann ich immer noch machen. Der stirbt gleich mal Das zeugt sie mal an Eine Kiste die ist schon gelootet. Das will ich auf der 1 haben. Das hier sieht aus wie Nuketown von Call of Duty Okay Die Kisten sind leer, ist eigentlich klar Jo Er hat in deinem eigenen TNT gefangen. Perfekt. Haha der Depp ist in seinem eigenen TNT gefangen geblieben Und kam nicht raus und hat deswegen verloren aber irgendwie hat er gar nicht so weit gehabt. Das ist auch nicht so gut Jetzt keine Kiste, okay Gut Die Kisten werden alle leer sein Schade 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 wir sehen uns in der zweiten runde quick survival games gleich runde 2 am tag 3 quick survival games Mal gucken muss eigentlich mal mehr angewöhnt dass daily quick survival games zu nennen sollte nämlich die serie Wo ist denn die kisten bestimmt in einem haus und bestimmt ist eine haus und immer ist einem haus und auf der anderen seite natürlich okay das ist gut das ist auch gut das ist auch okay werden mit den fishing ruts um zu gehen das nächste oh mein gott oh mein gott ich habe was gehört hinter mir okay der ist rausgegangen warum auch immer warum auch immer er das tut nein oh mein gott hat mich doch hoch das ist so klar und ich gönne keinem die steinschwerter so einfach ist das ich gönne keinem die steinschwerter damit ich sie alle haben kann irgendjemand hat bestimmt schon wieder ein diamant equipt und das lieber als ich aber ist mir scheißegal wir versuchen es jetzt einfach mal der zum beispiel hatten diamant equipt aber hat kein schwer wo das ist gut der junge hat er mich verarschen wollen hier ich kann sie nicht treffen jetzt renn doch weg jetzt renn halt weg jo läuft bei dir treffer 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 gute treffer stirb ich will deinen diamant plate oh mein gott ja genau ich komme ihn weg weil er dann nicht durch kommt perfekt oh mein gott gibt das her habe ich habe irgendwo kein leben mehr ich habe so hart am arsch ich habe so geile equipped dass ich versuche jetzt einfach hier weg zu kommen von den ganzen spielern erst mal recken oh mein gott ich habe diamant equipt und oh mein gott tag 3 wir sind auf jeden fall besser als den tag 1 dran aktuell das drin der fischung war scheiß drauf alles weg neben den gegnern ich gebe denen nix wenn ich dem was anfangen zu geben dann nehmen wir sie mir und so ein leben ganz einfach warum waren da unsere blöcke interessant hinten scheint niemand gewesen zu sein sind noch vier spieler da ich muss mich jetzt einfach kippen hinten war doch schon ich weiß gar nicht was ich sagen soll ich boah anstrengendes spiel ist anstrengend wo sind die gegner wo sind die gegner er hat keine bogens ihm nein 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 oh mann der hat das gleiche equipped wie ich what the fuck ich dachte ich werde voll op mit meinem ihnen mit ihm dann hat er das gleiche Okay, wir sehen uns in der dritten Runde, äh, Quick Swirl Games. Tag 3, Runde 3, da auch die letzte Runde damit für den heutigen Tag. Ich hoffe, wir stellen uns einigermaßen gut an. Ähm. Ja. Was kann ich jetzt sagen? Okay, TNT ist ganz gut. Wenn ich... Hallo, meine Güte, meine Maus ist gut. Äh, jo. Gib mir mal ein Zeug noch. Ziehen wir mal kurz auch alles an. Haben kein Schwert, das ist nicht gut. Könnten höchstens jemanden an der Kiste hochjagen versuchen. Ne, 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 ne. Ich klopfe den jetzt mit der Hand zu tot. Da ist alles drauf. Scheiß alles drauf. Jawohl, ich hab's geschafft einfach. Ich hab's einfach geschafft. Weil der war schon drauf angeschwächt, das wusste ich ja von... Äh. Ding hier. Gib mir deine Sachen, ey. Ich wusste ja, dass er sauangeschwächt sein muss. Weil er, äh, ins TNT reingelaufen ist und von dem Typen gehauen wurde. Oh. Wir müssen noch irgendwo Kisten sein. Nein, 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 nein. Kein Gegner. Ich will keine Gegner. Ich hab gar keine Waffen. Ach, ich kann nicht alle mit der Hand kaputt schlagen. Also ich kann's versuchen. Ich hab irgendwann kein Chuck Norris. Das wird nicht klappen. Hilfe. 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 Dann sind hier überall keine Kisten. Auch Kisten. Da ist doch schon wieder einer hinter mir. Kann man einfach mit drauf. Jo. 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 Ja. Es ist okay. Es ist okay. Ich hab einfach den Chuck abgestaubt. Es ist okay. Nein. 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 Au. 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 Mein Name ist Light over and out.